Habt ihr gesehen? Der lustige Lutze steht für eine Überraschung gut, der ist ungeheuer, spontan. Wie, wo? Wie kommen wir hier raus? Du bist ein Scherz gegen nix. Der Kleine will tatsächlich hier abhauen. Der Kleine will, willkommen im Regal. Zwimmt euch hier Ballons wie zu Haus. Wie zu Haus, wir wollen, wir schleuen es raus. Seid doch nicht so stur, sag was hast du nur. Schaut mal her und seht mich an, an mir ist alles dran. Und so schön wie ich seid ihr auch mal. Ob der Träck, wie man's auch immer dreht. Wie kommt hier nicht mehr raus? Dies ist ein Geisterhaus. Ihr Bunt, Herr Dr. Frankenstein, bringt euch herzlich ein. Wo ist hier denn Blutausgang? Leider nirgends unerlaubt. Wisst ihr hier, gibt's nur ne Kellertier, die direkt ins Wellenfeuer führt. Und aus dem Berg kommt ein Geist, der euch ins Kabel weist. Macht die Augen zu und macht einfach um. Wenn der Schwein erpässt, der böse Geist läuft dann in Ruhm. So wie im Kino, in einem Gruselfilm. So wie im Kino, wie im Gespensterfilm. Habt ihr sowas wie mich schon gesehen? Eine Mist gebohrt, ich bin Böcksen auf ner Lampe und Rassierapparat. Hey, ich liebe den lustigen Lutz. Welch ein Spuk. Ich hab davon genug. Wenn wir nicht hinsehen, ist er rasch vorbei. Zeit zum Gehen, da gibt's nur ein Problem. Unser lieber Lutz, mit euch im Weg geschehen. Schaut nur hinaus, bald wird es Nacht. Sonne, lass uns nicht allein. Ach, liebe Sonne, wir brauchen dein Licht. Euer Gejammer nützt ganz sicher nichts. So wie im Kino, in einem Gruselfilm. So wie im Kino, wie im Gespensterfilm. So wie im Kino, 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 wie im Kino. Untertitelung des ZDF, 2020